Was haben wir denn hier? Hm, ich kann mich kaum entscheiden. Oh, ein schönes Kronexport. Hm, lecker. Da liegt auch noch, oh, ein Höfels. Hm. Oder, oder, was haben wir denn hier? Ein Fickel. Äh, Zwickel natürlich. Hm. Ich finde das super. Musik Rude. denkt euch bestimmt huch was macht denn der Odin hier so mitten in der Zivilisation ja der Odin plant im Rahmen der gegebenen Bedingungen eine kleine Party und deswegen gehe ich jetzt mal Bier kaufen dranbleiben es lohnt sich was haben wir denn hier geholt also zwei Kisten Bier ja checkt für die Männer vier Flaschen Rotmein für die Mädels Rum billig Rum zum Saufen mit Cola das wird schon mal und ganz wichtig Unkeys to go der ist auch fast genauso gut wie der selbstgemachte und das macht müde Männer wie der Mund essen da pumpt die Luftmatratze hier Vorbereitung das erste haben die Ende sind geschaffen so bestücken wir natürlich den Kühlschrank den sogenannten Kühlschrank weil das Bier muss ja auch Kühlschrank Kühlschrank ist auch voll mit Bier und da drunter das Bier ist noch ein bisschen das paradiesig große Zelt steht auch schon bereits was kann ich das machen was ein Muschi ey so kein Bier vor vier es ist Punkt vier endlich da sitzt der mit dem Fett hier Prost Allah Prost Allah das Ganze da ist das Ganze das Ganze dasbecca Ja, Nikl, Alter, warum hast du da so Scheiß aufbekommen? Ja, weil ich ein geiler Typ bin und mir meine Birne richtig verbrannt habe und überall Brandblasen habe. Fick dich. Ja, schon geil, wenn sich durch starke Regenfehler einfach im Garten so viel Wasser angesammelt hat, dass man theoretisch eine Fischzucht aufmachen könnte. Nicht schlecht. So hat man seinen eigenen Bach im Garten. Manche Leute legen das an. Haha. Haha. Danke für dich. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020